Du willst in Pokémon Karmazin einen Shiny Wootpilz fangen? Dann bist du hier genau richtig! Mein Name ist Steffen Fuchs und ich zeige dir jetzt alles was du wissen musst, wenn du auf die Jagd nach einem Shiny Wootpilz gehen willst. Los geht's! Bevor wir aber jetzt zu den speziellen Informationen kommen, will ich noch ein paar allgemeine Dinge sagen, die du eventuell häufiger hören wirst, wenn du an meine anderen Paradox-Shiny-Hunting-Videos dir auch ansiehst. Die Infos brauchen wir aber, um erst einmal eine gute Basisline zu haben. Wenn du dieses Pokémon nämlich in Shiny jagen möchtest, dann solltest du als allererstes auf jeden Fall erst einmal die Story so weit gespielt haben, dass Zone 0 komplett durchgespielt ist. Dadurch sind die ganzen Spawn-Gebiete von den einzelnen Paradox-Pokémon auf deiner Map freigeschalten. Das reicht aber auch nicht aus. Hier musst du zusätzlich weiter die Story noch weiter durchspielen, bis du dann irgendwann die 6 Sterne-Rates freigeschalten hast. Die ermöglichen dir nämlich, besonders effizient Geheimgewürze zu sammeln und die Geheimgewürze sind die entscheidende Zutat, wenn es darum geht, Shiny-Pokémon zu jagen. Die Paradox-Pokémon tauchen hier unten nie in Massenbegegnungen auf, die Funktion gibt es in Zone 0 einfach nicht und entgegen aller Gerüchte, die es aktuell im Netz gibt, kannst du deine Shiny-Chance bis auf das Baguette nicht erhöhen, wenn du nach Paradox-Pokémon jagst. Von daher ist das ganz wichtig, dass du zum einen erst einmal die Pokémon überhaupt fangen kannst und zum anderen auch genügend Geheimgewürze gesammelt hast, um die Pokémon ordentlich in Shiny jagen zu können. Was du ganz speziell brauchst, darum geht es jetzt. Da Wootpilz die Typenkombination Pflanze und Licht hat, ist es am einfachsten, wenn du das perfekte Shiny-Hunting-Sandwich für Pflanzen-Pokémon herstellst. Alles was du dafür brauchst, ist ein Salat, einmal salziges Geheimgewürz und einmal saures Geheimgewürz. Den Salat findest du in sämtlichen Zutaten-Shops, die es in der ganzen Region zu finden gibt und die Geheimgewürze bekommst du von 5-Sterne bzw. 6-Sterne-Rates. Da es aber so viele unterschiedliche Pokémon-Rates gibt, in denen du eine der beiden Geheimgewürze abstauben kannst, ist meine Empfehlung hier ganz klar. Mach so viele 5-Sterne- und 6-Sterne-Rates, wie du nur irgendwie finden kannst. Sämtliche Geheimgewürze, die du dadurch bekommst, kannst du früher oder später für deine Shiny-Jagd sehr gut gebrauchen. Von daher ist es egal, gegen welche Pokémon du hier antrittst. Sobald du dein perfektes Shiny-Hunting-Sandwich für Pflanzen-Pokémon gegessen hast, gehst du einfach schnurstracks zu Zone 0 und hier via Teleporter zur Observationsstation 3. Direkt vor dem Gebäude findest du hier eine große Wiese und das ist der perfekte Ort, um auf die Jagd nach Wutpilz zu gehen. Shiny Wutpilz unterscheidet sich hier insbesondere dadurch vom Original, dass es nicht mehr wie ein Pokéball, sondern stattdessen wie ein Superball aussieht. Das heißt, alle die Sachen, die bei dem ganz normalen Wutpilz rot gefärbt sind, sind bei Shiny Wutpilz blau gefärbt. Dadurch soll es extrem einfach sein, dein Shiny-Pokémon hier zu erkennen, wenn es denn spawnt. Solltest du hier auf den ersten Blick keine Shiny Wutpilz finden, was sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dann musst du einfach nur sämtliche Wutpilze hier besiegen. Einfach per Autokampf dein Pokémon machen lassen und sobald ganz viele Wutpilze besiegt sind, spawnen immer weitere neue Wutpilze. Das erhöht jetzt die Shiny-Chance nicht, sorgt aber dafür, dass immer wieder neue Wutpilze nachspawn und demzufolge du wieder eine Chance hast, dass da ein Shiny-Wutpilz mit dabei ist. Ich wünsche dir jetzt aber noch ganz viel Glück bei deiner Shiny-Jagd nach Wutpilz und natürlich wie immer weiterhin viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye!